Ich denke mal, dass am Ende das Ergebnis klar geht mit dem 4-1. Was mich ärgert ist trotzdem das Gegentor. Ich finde, die Jungs haben sich heute verdient. Also sie haben eine lange Durststrecke hinter sich. Die haben vier Spiele jetzt hintereinander verloren und wir sind stark abstiegsgefährdet und natürlich wollen wir die Klasse halten unbedingt und ich hoffe, dass es heute ein Anfang war. Also ich finde es sowieso sehr unglücklich, immer Ostern zu spielen. Mehr wäre es lieber, wenn wir gar nicht gespielt hätten. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Zeit uns mal auf die Sonntagsspiele vernünftig zu vorbereiten und die Spieler könnten in Ruhe diese Zeit auch für sich und die Familien nutzen. Natürlich in so einem Spiel enorm wichtig zu gewinnen, vor allem zu Hause gegen direkten Abstiegskonkurrenten. Wir haben es aber heute mal, glaube ich, ganz gut gemeistert und haben auch bewiesen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.